Von hier aus kommst du langsam zum Stehen, beugst mit deinen Knien die Knie deines Empfängers, greifst unter die Fersen und kommst in den sogenannten Busfahrer und schaukelst die Füße hin und her und entspannst nochmal gut das ganze Becken. Je nachdem wie groß dein Empfänger ist, musst du selber vielleicht in die Hocke gehen oder bleibst aufgerichtet. Du kannst von hier aus, falls du stabil stehst und ein gutes Balancegefühl hast, einen Fuß auf das Brustbein setzen. Von hier aus kommst du zurück und kreist die Knie, dabei drückst du mit deinen Knien von außen die Knie deines Empfängers sanft zusammen, legst die Hände locker auf den Knien ab und beginnst mit einer kleinen Kreisbewegung mit deinem eigenen Becken. Untertitelung des ZDF, 2020